Letzter Spieltag beim Waldhof und sein letztes Spiel als Drittligatrainer. Beim Waldhof zumindest. Patrick Löckner. Rüdiger Ziel, auch für ihn geht es erstmal in die vierte Liga mit Havelse. Er macht nicht weiter, würde gerne in der dritten Liga bleiben. Und die Fans freuen sich auf ein vielleicht munteres Spiel. Das wird es definitiv werden, kann ich jetzt schon mal verraten. Von Beginn an Havelse in Roths, Fehler im Aufbau. Und dann ist es Höger hier am Ball mit der Hacke weitergeleitet auf Schnatterer. 1-0, zweite Minute. Der schöne Fußball findet hier im 1-0 seinen Anfang. Fehler im Spielaufbau und dann ist es dieses wunderschöne Hackending von Fridolin Wagner. No-Look-Weiterleitung auf Marc Schnatterer. Der hat sein elftes Tor erzielt. Jetzt gleichgezogen mit dem heute verletzt und gelb gesperrten Dominik Martinovic. 20. Minute. Wunderball, aber Havelse zuletzt immer mal wieder anfällig. Und auch heute. 2-0. Jesper Verlar, 20. Minute. Zweites Tor. Und sie sind ja noch im Fernduell. Mit den Löwen und mit Osnabrück um Platz vier. Um die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Mannheim muss gewinnen. Und das tun sie hier. Sie schicken sich an. Sie sind absolut dominant. 45. Minute. Dumme Aktion. Dahmer an Kostli. Es gibt den Elfmeter. Alexander Rossibal heute links hinten in der Abfahrkette. Für Donkor trifft 3-0. Und das ist dann auch die Pausenführung. Der Waldhof erledigt seine Hausaufgaben für 3-0. Das ist ziemlich souverän. Und eigentlich kaum zu glauben, dass eine Mannschaft hier in der zweiten Halbzeit noch mal zurückkommt. Das Spiel drehen sollte. Also Mannheim Hausaufgaben erledigt. Jetzt müssen eigentlich nur gucken, was machen die anderen Kollegen im Kampf um Platz vier. Mannheim ist übrigens das einzige Team, was nächste Woche noch ein Landespokalfinale spielt und sich so qualifizieren kann. Interessiert Waldhof Mannheim nicht. 4-0. Dominik Kohter. 57. Minute. Das Jungtalent ausgeliehen aus Karlsruhe. Schirmbedienst von Marc Schnatterer. Es geht munter weiter. Wie gesagt, Landespokal. Sie werden qualifiziert für den DFB-Pokal. Aber sie entfachen einfach mal Druck auf die Konkurrenten. Was war das nochmal? Standardsituation. Da ist Halse wackelig. Ja, sind sie wieder. 5-0. Pascal Sohm. Die Gäste aus Niedersachsen längst abgestiegen. Bekommen den Ball hier nicht geklärt. Und legen auch noch auf für Pascal Sohm, der heute nicht in der Anfangself Butler hat gespielt. Der hat sich früh verletzt. Und dann Sohm für ihn früh eingewechselt worden. Zur Abwechslung mal eine Chance. Das ist Jeschke. Mehr war es nicht. Ungefährlicher Auftritt von dem TSV Havelse. Der aber zumindest charakterlich in dieser Saison immer intakt war. Das hat auch Rüdiger Ziel immer mal noch betont. Heute kann man es leider auf dem Platz nicht ablesen. Es geht weiter. 6-0. Fridolin Wagner. 78. Minute. Bedient worden vom eingewechselten Sommer. Und Mannheim schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe. Einen haben wir noch. Ja, weil es so schön ist. Und Mannheim immer noch Lust hat am Spielen. Wir sind in der Minute 83. Ballgewinn von Höger. Der eingewechselte Donker. Und in der Mitte winkt Dominik Kurta. Ist nicht unbedingt das allerschönste Tor. Hat er schon richtig tolle Dinge erzielt. Jetzt ist es ein einfaches Tor. Und hier in dieser Partie der Schlusspunkt. 7-0 gewinnt Waldhof Mannheim gegen Havelse. Tja, für Rüdiger Ziel geht es nicht mehr weiter. Er ist auch heute nicht zufrieden gewesen mit der Einstellung seiner Mannschaft. Ja, es ist schon ein bisschen Wehmut. Es ist schon, was ich gesagt habe, von der Mannschaft. Es hat funktioniert. Die Moral war immer gut. Die haben die Sachen versucht umzusetzen. Und von daher ist es einfach schade, dass wir nicht mehr Punkte geholt haben. Ich glaube, es war durchaus möglich. Und deswegen ist einfach schon ein bisschen Wehmut dabei. Ich brauche jetzt erstmal Pause. Die Saison war sehr, sehr lang gewesen. Und die zwei Jahre in der Summe extrem viel Power gekostet. Und extrem viel auch außerhalb des Trainer-Daseins. Und deswegen ist es für mich erstmal wichtig, runterzufahren, mich wieder neu aufzubauen und aufzustellen. Und dann zu schauen, was passiert. Patrick Löckner will den nächsten Schritt gehen. Seine Mannschaft auch im nächsten Jahr ohne ihn. Aufstieg ist das Ziel. Am Ende dieser Saison steht die beste Drittligasaison seit dem Wiederaufstieg 2019. Alle Spiele live nur bei Magenta Sport.